Heute sprechen wir über besten Kroosstrainertest. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich links in das Beschreibungsfeld unten aufgenommen. Hier präsentieren wir besten Kroosstrainertest. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Damit kommen wir zusätzlich zum letzten Platz bei der Kroos Fitnesslehre Prüfung. Diese Einstellung geht an den Preisträger, den Kroosstrainertest 2. Dies ist ein Vorgänger des CS5 der gleichen Marke. Wir entdecken die einzigen großen Unterschiede in der Schwungmasse und auch in der maximalen Tonnenfähigkeit. Der Kroosstrainertest 2 von Kroosstrainertest 2 passt mit seinen geringen Abmissungen von 104 bis 71 bis 156 cm in jeden Raum. Dank der integrierten Transportrollen lässt er sich schnell bewegen. Dank der hochwertigen Verarbeitung und auch Materialien ist der CT2 für ein Körpergewicht von bis zu 100 Kilo geeignet. Das 7 kg schwere Schwungrad wird von einem Magnetbremssystem angetrieben. Dank des ebenen Riemenantriebs ist ein leises Training möglich. Darüber hinaus ist der Tretwiderstand in 8 Stufen per Hand einstellbar. Dank der rutschfesten Fußschalen ist beim Training eine sichere Fußposition gewährleistet. Die Griffarme sind offensichtlich beweglich. Die Bewegung ist sowohl vorwärts als auch rückwärts möglich. Nummer 4 Den vierten Platz der Kroos Fitness Trainer Prüfung bewohnt ein Produkt, das durch ein besonders günstiges Preis-Leistungsverhältnis begeistert. Unsere Spezialisten möchten Ihnen den beeindruckenden Christopite Kroosstrainert CS 5 vorstellen. Vier verschiedene Farben, nämlich Rot, Silber, Weiß oder Schwarz. Mit Maßen von 140 bis 59 bis 161 cm findet der Kroosstrainert von Christopite problemlos Platz. Integrierte Transportrollen erleichtern den Transport von einem Ort zum anderen. Dank der hochwertigen Verarbeitung und Materialien ist das 44 kg schwere Werkzeug für Personen bis 150 kg geeignet. Dank der höhenverstellbaren Fußkappen steht das Gartgut auch auf unebenen Böden sicher und sicher. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unsere List Nummer 3 Genau hier stellen wir den Sportstech CX 610 Experten Kroosstrainert zufrieden. Ein 18 kg Schwungrad garantiert eine optimierte Synchronisation ohne Leistungsverlust. Angetrieben wird dieser von einem flüsterleisen Elektromotor mit Magnetbremssystem. Der Widerstand des CX 610 ist computergesteuert und hat 32 Stufen. Mit Maßen von 132 bis 66 bis 155 cm ist der Kroosstrainert Spezialist bequem untergebracht. Er lässt sich bei Nichtgebrauch zusätzlich platzsparend zusammenklappen. Zusätzlich werden eingebaute Transportrollen verwendet, um die stolzen 70 kg des Gartgis schnell zu bewegen. Dank der hochwertigen Produkte sowie der hervorragenden Verarbeitung kann der Kroosstrainert von Sportstech-Personen bis zu einem Gewicht von 120 kg tragen. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal in diesem Zusammenhang ist die 5-jährige Hersteiggarantie. Dies gewährleistet das Beste und auch Leistung. Nummer 2 Auf Platz 2 in der Kroosstrainert Prüfung treffen wir auf ein Toll, das dem Prüfungssieger in Sachen Effizienz etwas überlegen ist. Angesichts des geringeren Wertes erobert das Scandica Cardio Cross Carbon Pro SF 3200 jedoch die Einstellung des Leistungssiegers. Der herausragende Ellipsen-Trainer von Scandica begeistert durch seine hochwertige Verarbeitung, die ein Optimum von 145 kg zulässt. Darüber hinaus ist dieses Gartgit auch für den fachkundigen Einsatz bestens geeignet. Trotzdem ist der Cardio Cross Carbon Pro sehr platzsparend. Bei der Ausübung bestimmt es 164 bis 60 bis 158 cm. Er lässt sich mit wenigen Handgriffen zusammenklappen und benötigt zudem nur eine Grundfläche von 117 bis 60 cm. Dank der eingebauten Transportrollen lassen sich die 79 kg bequem von einem Ort zum anderen bewegen. Und die Nummer 1 unserer Liste Dieser herausragende Cross-Trainer von Maxxis ermöglicht dank der ergonomischen Ellipsen-Trainerform der Tretaktivität eine gesunde und ausgewogene Laufaktivität während des Trainings. Dank des Stiels werden Gelenke, Sehnen und Muskeln geschont. An der Front ist das ausgewuchtete 9 kg Schwungrad angebracht. Es ist also ein Fitness-Trainer für Ellipsen-Trainer. Das mechanisierte Magnet-Bremssystem hat 16 Stufen. Dank des praktischen Klappsystems kann der Maxxis CX 4.3F bei Nichtgebrauch in den Abmissungen minimiert werden. Die Masse beim Training betragen 174 bis 70 bis 165 cm. Zusammengeklappt hat der Cross-Trainer-Aktionen 124 bis 70 bis 178 cm. Das Gewicht des Geräts beträgt 71 kg. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.